Hi, ich bin Tobias Raffelt, Jahr 1992 und komme aus Ohrendorf am Neckar. Ich bin Mitglied der ökologisch-demokratischen Partei und stelle mich zur Wahl, weil ich Politik für uns alle machen möchte. Die Erhaltung unserer Lebensgrundlage, unseres Planeten, unserer Umwelt ist ein wichtiges Anliegen für mich und die sollte auch für die früheren Generationen sichergestellt sein. Allzu lange wurden bei der Bewältigung der drängenden Umweltprobleme faule Kompromisse gemacht. Ich finde, es ist an der Zeit, dass wir endlich Lösungen suchen und finden und keine Ausreden mehr suchen. Dies gelingt der ÖDP und mir, indem wir unabhängige und authentische Politik machen. Unabhängig in dem Sinne, weil wir seit Gründung weder Konzern- noch Firmenspenden annehmen und so unabhängig sind. Wenn Sie uns also wählen, können Sie sich sicher sein, dass Sie keine Lobby im Hintergrund mitwählen oder dass wir faule Kompromisse mit Spendern eingehen müssen. Bei der Bewältigung der wichtigen Probleme setzen wir auf die wertvolle Meinung aller Bürgerinnen und Bürger. Deshalb setzen wir uns für mehr direkte Demokratie ein und wollen beispielsweise Bürgerbegehren auf Bundesebene etablieren. Unabhängig vom konkreten Problem können Sie sich sicher sein, dass wir unser Handeln stets an der goldenen ÖDP-Regel ausrichten. Diese besagt, dass wir nicht nur an uns selbst denken, sondern solidarisch an alle Menschen auf dem gesamten Planeten. Es ist an der Zeit, dass wir endlich konsequenten Umwelt- und Artenschutz betreiben. Dankeschön.